Willkommen bei BildnerTV. Ihr arbeitet mit mehreren Programmen gleichzeitig und wollt dabei die Übersicht nicht verlieren? Kein Problem, mit Windows 11 wird das Arbeiten noch übersichtlicher. Mit welchen Methoden das funktioniert, das zeige ich euch heute. Schön, dass ihr wieder da seid, hier bei uns bei BildnerTV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ich bin der Thomas und das hier ist Windows 11. Über ein paar Neuheiten haben wir schon gesprochen. Dazu gibt es auch schon ein Video. Blenden wir euch ein. Und heute geht es ums wirklich gut organisierte Arbeiten mit Windows 11. Und zwar vor allem dann, wenn ihr mehrere Programme nutzt oder wenn ihr beispielsweise mehrere Fenster geöffnet habt. Wie habt ihr da einen guten Überblick? Das möchte ich euch zeigen. Und es geht um die Möglichkeit, sich mehrere Desktops anzulegen. Was das für einen Sinn haben soll, auch dazu in diesem Video mehr. Wir haben jetzt folgende Situation und mit der starten wir auch gleich. Wir haben mehrere Fenster geöffnet. Ich klicke ja gleich mal ein paar auf, die wir nutzen. Also wir sind auf Microsoft Edge im Internet unterwegs. Dann haben wir unseren Explorer geöffnet, weil wir immer wieder Daten benötigen. Dann wollen wir uns später noch eine App downloaden aus dem Microsoft Store und gleichzeitig arbeiten wir auch noch an einem Word-Dokument. Also es ist viel los hier bei uns auf dem Desktop. Und ihr kennt ja vielleicht die Funktion bisher, dass man sich die Fenster in verschiedene Positionen schieben kann, dass die auch angedockt sind. Da gibt es die Möglichkeit, dass ich das zum einen mit der Maus erledige. Das zeige ich euch kurz. Also ich gehe hier oben auf die Titelleiste und gehe hier mit der Maus zum Beispiel an den rechten Rand. Dann sehe ich hier in der Vorschau, dass hier zum Beispiel jetzt Word halbiert angezeigt wird. Und jetzt könnte ich hier noch in den anderen Bereich mir ein zweites Fenster exakt aufgeteilt auf dem Bildschirm öffnen. Das kann man mit der Maus steuern. Das ging bisher so. Oder ihr macht es mit einer Tastenkombination. Also da wähle ich mir wieder ein Fenster aus, klicke auf die Windows-Taste und könnt ihr jetzt hier mit dem Pfeiltasten hier auch noch mein Fenster verschieben und verändern. All das haben wir euch schon mal gezeigt. Kennt ihr von Windows 10, wenn ihr diese Möglichkeit schon genutzt habt. Jetzt gibt es neu unter Windows 11 die sogenannten Snap-Layouts. Klingt ziemlich cool. Und was steckt da dahinter? Ganz einfach, dass ihr zum Beispiel auf zwei Möglichkeiten entweder mit der Maus hier auf die Minimieren und Maximieren-Button geht. Bitte nicht draufklicken, sondern einfach nur die Maus dorthin bewegen. Und dann erscheint automatisch ein Untermenü, das sehen wir hier, und auch eine Vorschau, welche Möglichkeiten es gäbe, Fenster aufzuteilen. Ich finde das sehr gut gemacht, sehr schön gemacht und vor allem sehr einfach umzusetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Bereich anklicken würde, dann würde mein Microsoft Edge in den linken Bereich wandern und hier hätte ich noch die Möglichkeit, dann hier den Microsoft Store im oberen Drittel zu platzieren. Muss ich nur anklicken und die restlichen offenen Fenster werden mir ja unten noch angezeigt. Und hier möchte ich zum Beispiel den Explorer noch sehen. Dann habe ich das hier wunderbar gedrittelt, kann das jederzeit auch wieder abändern. Ich möchte vier Fenster hier öffnen. Dann mache ich das so. Wie gesagt, das sind die sogenannten Snap-Layouts. Bekommt ihr, wenn ihr mit der Maus über die Maximieren-Taste oder Button geht. Oder wenn ihr nicht die Maus nutzt, dann benutzt bitte die Tastenkombination Windows-Taste plus Z. Dann erscheint auch eben die Möglichkeit, die Snap-Layouts zu nutzen. Diese vier Fenster, die wir jetzt hier in diesem Snap-Layout zusammengefasst haben, die bilden eine sogenannte Snap-Layout-Gruppe und die können wir gemeinsam schließen. Geht wie folgt und zwar gehen wir damit auf der Task-Leiste mit der Maus auf eines der Symbole der geöffneten Fenster. Also wie zum Beispiel hier der Microsoft Store. Der ist ja bei uns oben geöffnet in dieser Snap-Layout-Gruppe. Und den sehe ich jetzt hier, diese Gruppe, im linken Bereich zusammengefasst. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Und jetzt, wenn ich hier auf die Beenden-Taste oder auf den Button klicke, dann werden alle vier Fenster automatisch gelöscht. Das heißt, die komplette Gruppe verschwindet dann. Jetzt würde ich hier noch gefragt werden, ob ich die Änderung speichern möchte unter Word, damit nichts verloren geht. Machen wir nicht speichern. Also ihr seht, ihr könnt mit dieser Gruppenbildung dann auch sehr, sehr schnell wieder vier Fenster automatisch gemeinsam schließen, ohne dass ihr alle vier Fenster wieder anklicken müsst. Also das ist eine sogenannte Snap-Layout-Gruppe. Und unser neues Wissen, das wenden wir jetzt gleich mal an und zwar mit unserem Snap-Layout zu unseren aktuellen Büchern rund um Windows 11. Der Bildner Verlag hat natürlich gleich die Bücher zum Start parat. Da gibt es zum einen Windows 11 für Senioren oder Windows 11 vom Einsteiger zum Profi. Beides Bücher ideal zum Umstieg und damit ihr alle Funktionen unter Windows 11 auch richtig ausnutzen könnt. Und außerdem gibt es noch weitere Bücher rund um das Thema Windows 11. Und so ein Buch könnt ihr gewinnen. Geht ganz einfach und zwar schreibt einen Kommentar unter diesem Video oder unter einem der anderen Videos hier von Bildner TV. Da nehmt ihr automatisch an unserer Verlosung teil. Die gibt es jede Woche und ihr könnt euch dann als Preis, wenn ihr gewinnt, ein Buch aus unserem Verlagsprogramm aussuchen. Ganz egal, was ihr wollt. Also Kommentar nicht vergessen und natürlich abonniert unseren Kanal. Dann bekommt ihr immer die neuesten Videos. Auch die neuesten Videos zum Thema Windows 11. Und natürlich ein Daumen nach oben freut uns sehr. Kleiner Tipp, Abo von uns ist natürlich völlig kostenlos. Also die Snap Layouts haben wir jetzt kennengelernt. Und was es eben noch neu gibt unter Windows 11, das sind die mehreren Desktops. Was soll das Ganze? Das versuche ich euch jetzt mal zu erklären. Wir starten jetzt hier mal mit unserem ganz normalen Desktop. Das habt ihr ja gesehen. Ich habe mir hier mehrere Fenster geöffnet unter Microsoft Edge, weil ich ein bisschen recherchieren möchte in unseren Büchern oder über unsere Bücher. Also das ist so ein meiner Arbeitsbereiche jetzt als Beispiel. Da muss ich immer wieder mal was nachschauen, mich informieren. Gleichzeitig arbeitet man aber vielleicht noch einer an einem zweiten Projekt. Also zum Beispiel in meinem Fall. Ich schreibe gerade wieder ein anderes Buch oder ein anderes Drehbuch für ein neues Video. Möchte aber jetzt diesen Desktop, wo ich mir schon ein bisschen was zurechtgelegt habe, nicht verlieren. Was mache ich? Ich kann mir im Grunde eine zweite Oberfläche generieren und da kann ich jetzt immer hin und her wechseln. Das nennt sich dann eben ein zweiter Desktop. Wie geht das? Ihr geht dazu hier in der Taskleiste auf diesen Bereich. Da seht ihr diese zwei übereinander liegenden Fenster, nenne ich das jetzt mal, oder Desktop sollen das ja eben darstellen. Und wenn ich jetzt da hier drauf gehe, da kann ich auch einmal kurz drauf klicken. Dann habe ich hier diesen Desktop 1, den wir ja gerade gesehen haben mit den geöffneten Edge-Fenstern. Und jetzt habe ich hier auch schon einen Desktop 2. Ich zeige euch das kurz, klicke ich drauf. Hier arbeite ich zum Beispiel an einem Word-Dokument für ein neues Video und habe hier noch gleichzeitig meinen Explorer geöffnet, weil ich hier immer wieder mir Daten und Dateien raussuchen möchte. Das ist jetzt so mein zweiter Desktop. Und wenn ich will, könnte ich mir jetzt sogar noch einen dritten Desktop anlegen. Dazu geht ihr ganz einfach hier unten in der Taskleiste wieder auf dieses Desktop-Symbol und geht hier auf das Pluszeichen, ganz rechts, neuer Desktop. Und schon bekommt ihr wieder im Grunde einen leeren Desktop, so wie ihr ihn kennt. Und hier könntet ihr weitere Fenster öffnen, weitere Programme starten. Hintergrund ist oder der große Vorteil ist eben, wenn man an mehreren, ich nenne es jetzt mal Projekten, gleichzeitig arbeitet. Das kann natürlich im Homeoffice sein oder auch im privaten Bereich, dass man sagt, okay, ich sortiere auf einem Desktop gerade meine letzten Urlaubsfotos. Auf dem zweiten Desktop schreibe ich mir ein paar Gedanken zusammen, mache ein paar Notizen, vielleicht schon für den nächsten Urlaub oder für Erledigungen, die anstehen. Und am dritten Desktop, da mache ich gerade eine Internetrecherche, weil ich mich eben informieren möchte über ein neues Produkt. Also man kann das durchaus auch im privaten Bereich ausnutzen, diese mehreren Desktops. Ist nicht jedermanns Sache. Ich nutze es ab und zu, nicht immer. Manchmal passt es sehr gut, aber das könnt ihr eben selber ausprobieren, ob das für euch in Frage kommt. Also ausprobieren, austesten kann nichts passieren. Und jetzt zum Schluss möchte ich euch auch noch zeigen, wie ihr so ein Desktop wieder schließt. Geht natürlich ganz einfach und wie ihr einem Desktop auch einen Namen geben könnt, damit ihr euch da auch besser zurecht findet. Also wir haben hier, wenn ich draufgehe mit der Maus, unsere einzelnen Desktops. Jetzt kann ich hier zum Beispiel zu Desktop 2 gehen, einmal mit der Maustaste rechts klicken und dann könnte ich die jetzt zum Beispiel auch verschieben in der Reihenfolge der einzelnen Desktops und kann sie hier auch umbenennen. Also könnt ihr hier zum Beispiel schreiben, neues Video. Das wäre jetzt der Titel meines Desktops 2, weil hier arbeite ich ja an meinem neuen Video und hier Desktop 1 könnte ich auch einen Namen geben, Internetrecherche zum Beispiel. Also ihr seht, ganz einfach rechts klicken, dann kommt ihr ins Untermenü. Hier findet ihr den Bereich umbenennen. Schließen könnt ihr einen Desktop auch ganz einfach, indem ihr auf den Desktop geht. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, den X-Button zu drücken. Das mache ich jetzt gleich mal und schon ist dieser Desktop dann komplett verschwunden. Was passiert dann? Die Fenster sind dann nicht weg, sondern die werden auf den noch bestehenden Desktop rübergeschoben. Also es wird sich dann alles wieder zusammenstauen. Allerdings habt ihr dann auch die Möglichkeit oder die Chance, dass nichts verloren geht. Also ganz einfach ausprobieren und einmal abchecken, ob ihr das im Alltag gut nutzen könnt. Vielleicht macht ihr auch ganz tolle Erfahrungen damit. Dann schreibt uns das ganz einfach in die Kommentare. Ich freue mich auf das nächste Video hier bei uns bei BILDNER TV.